In einem, in dem wir wohnen können, wenn es geht. Gibt es ein Fundament? Soll ich mit Fundament arbeiten? Ich probiere es einfach mal aus. So, das ist der Eingangsbereich. Wohnzimmer mit Küchenzeile. Badezimmer. Schlafzimmer. Schlafzimmer. Passt, hoffe ich. Oh, das ist teuer. Oh, ist das teuer. Naja, wir werden sehen, ob das klappt. Was hatte ich gesagt? Hier Badezimmer. Da Schlafzimmer. Okay, wir sind jetzt schon arm. Haha, witzig. Manchmal nicht mehr irgendwas. Da gibt es auch noch kein Dach und gar nichts. Gibt es ganz, ganz billigen. Alle. Alle. Das ist der billigste. Oh je. Da kommt ein Dach oben drauf. Das ist automatisch. Muss ich dafür was wegmachen? Ah, okay, das kommt dann automatisch. Verstehe. Kann man sagen, wie das dann aussehen soll? Ja, und... Ich könnte auch mal erst was selber machen. Mal weg. Dachwinkel kann man hier wählen. Okay. Okay. Äh, nee. Noch schlecht an sowas. Was ist das? Ach so, wenn man dann... Ah, ich verstehe. Glaube ich. Ähm. Aber dann glitscht das da ja immer noch rein. Das sieht doch doof aus. Hm. Ja. Dann machen wir das mit dem automatischen Dach. So, ey. Hier. Fand ich schön. Und den Dachwinkel machen wir. Niedriger. Fertig. Kann man das noch irgendwie... Was ist das? Ach, das ist um dann hier irgendwie so... Hä? Hab ich noch nie gesehen. Ich kenn das Spiel einfach nicht. Um hier so Stadthäuser zu machen. Oder wozu ist das Zeug gut? Architektur, ja. Ach so, ja, genau. Um so Stadthäuser zu machen. Was macht man denn hier so im Kreis drumrum? Hat man da so Stuck dran? Aha. Gut, dass wir uns das leisten können, nicht? Treppen brauchen wir jetzt hier vorne auf jeden Fall noch. So kurze Treppen halt. So was. Genau. Die billigsten. Mit dem billigsten Geländer. Perfekt. Garage kann man uns nicht leisten. Treppen haben wir. Verschiedenes. Das sind Säulen. Da gibt's Zäune bei. Da brauchen wir jetzt einen Billigzaun. Perfektzauntore. Aufzüge. Verbindungsbögen. Ach, wie geil, was es alles Cooles gibt. Da kann man dann hier so einen... Ach Gott, so einen Wintergarten bauen. So was hätte ich mir ja bei die Sims 3 auch gewünscht. Was muss ich hierhin so bauen? Mit so einem Wintergarten. Oh, das ist ja süß. Gefällt mir voll gut. Jetzt schon pleite. Pool. Nee, danke. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Das brauchen wir noch ganz, ganz, ganz billig. Billige, hässlichen Wandbelage. Ich glaube, da unten habe ich was Billiges, Hässliches gesehen. Billigster, hässlichster Wandbelag ever. Aber, ne? Fliese, Stein, Brickstein, Teppich, Holz. Ja, mir in dem Fall, glaube ich, ganz lieb. In einer vernünftigen Farbe oder was Dunkles. Das sieht da auch komisch aus. Vor allem, wenn man sich die Farbe der Treppe anguckt und all das. Hier drin muss ja dann auch noch irgendwas rein. Also hier kann natürlich Holz rein, das ist klar. Hier könnte ein Stein fließen rein. Und ins Wohnzimmer müsste Teppich boden. Denn wenn es geht, nicht ganz so schei, unschön aussieht, wie was mit so Schlafzimmer vielmehr. So ein Burgunderrot. Doch ist schon hässlich, unsere erste Bude. Aber was tut man nicht alles? Was, dass Türen und Fenster kommt hier. Okay, Türen. Hier, das ist eine schöne billige Tür. Mehr geht nicht. Ähm, 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 äh, 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 so. Das ist fürs Bad. Da kommt auch eine Tür rein. Und dann ist das fürs Schlafzimmer. Jetzt kommt noch ein Fenster. Oh Gott, das sind ja ganz komische Fenster. Da haben wir hier so Stadtfenster rein. Die sehen eigentlich ganz hübsch aus. Und hier machen wir dann halt wirklich so die klassischen Badezimmerfenster hin. So, teuer. Und wir werden wahrscheinlich dann nicht mehr schlafen können irgendwo. Aber, was ist das? Ach, so ein besonderer Fenster. Ach, du liebes bisschen. Äh, übergroßen Fenster sind das. Ich verstehe. Gut. Ähm, wir brauchen hier innen drin ja auch noch Tapete. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Haben wir so ein bisschen Heslon-Tapete. So billige Heslon-Tapete vielleicht. Hier, das ist so wunderschöne billige Heslon-Tapete. Hä, hä. Nee, das ist wieder mit Steinen. Ja, das ist ein Bad vielleicht ganz nett, sowas. Hier kommen Fliesen. Hier kommt so ein bisschen Holz. Ach, du lieber Heslon. Nee, das ist doch eher weniger. Sowas sieht auch komisch aus. Ach Gott, was gibt's denn da bitte alles? Da waren die Entwickler mal wieder auf Drogen. Glaube ich zumindest. Das ist hübsch. Okay, gut. Ähm, jetzt brauchen wir nur noch Lampen und dann wohnen wir da. Hahaha. Hier übrigens Lampen. Gar kein Thema. Deckenlampe bitte. Hier so ein Ball ist doch schön. Was fürs Schlafzimmer. Ein Ball hier und ein Ball da. Und in die Küche kommen... Küche kommen hier so Billigstrahler. Beziehungsweise das ist ja das Wohnzimmer-Ess-Küchen-Bereich. Wir kommen hier so die beiden Billigstrahler hin. Und dann bräuchte ich noch eine Deckenlampe für das Wohnzimmer. Die ist aber nicht so hübsch. Hier, die, die auch nicht. Oh Gott. Wer hat die denn alle verbrochen? Irgendwas Schönes? Irgendwas Schönes? Die Lampen leuchten dann ja hoffentlich. Okay. Gehen wir nach Zimmern. Gehen wir nach Wohnzimmer. Ah, ein Sofa würde reichen, glaube ich. Ein billiges... Oh Gott, ist das hässlich. Oh, dann lieber so ein Oma-Sofa. Oh Gott, ist so demal hässlicher. Mit so einem wunderschönen Beistelltisch-Auslagen. Okay. Ich habe jetzt nicht gelesen, was eine Auslage ist. Ist vielleicht auch ganz gut so. Hätte ich eh nicht verstanden. Blumen. Was ist noch mehr Deko? Weihnachtsmann. Aha. Aha. Ja, Bücher kann man nur so einmal irgendwo hin platzieren. Genau, platzieren. Platzieren, meinte ich. Hier ist so jede Menge Werkzeug für den Boden. Was zum Basteln. Schnibbelkram. Ach hier, guck mal, das ist eine ganz hübsche Deko. Nur so ein paar Dekoartikel und Bilder waren ja schon schön. Hey, das ist zum Kochen. Das kann dann hier gleich in die Küche. Finde ich ganz süß so. Nicht so viel ausgeben. Fernseher wäre vielleicht noch ganz... Telefon brauchen wir unbedingt. Musikanlage? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Das ist der billigste Fernseher von allen. Also stellen wir den mal hier hin. Kann man den auch irgendwie so hier hinstellen? Meine Sims können da gucken. Weißt du das? Ich weiß das nicht. Okay, Küchenzeile. Das haben wir alles Hobby, ja. Da kann ich mich jetzt... Vielleicht wäre doch ein Bücherregal nicht schlecht. Hier so in die Ecke vielleicht. Oder da hin. So, Bücherregal ist reich fürs Hobby. Mehr braucht man nicht. Essen. Kann man Theken machen? Wie ist denn das mit dem Herd und so? Also jetzt so Küche brauche ich ja. Hier Küche. Da. Brauche ich ja die Wohnzeilenküchen. Genau. Oh, das sind die unglaublich wunderschön. Nehmen wir so ein rosa. Sollte reichen. Dann brauchen wir nur noch das Mobiliar für. Was ist das? Äh, Müll... Müllentsorgungs... Gedöns. Herd kommt... Ah, hier ist der billigste Herd. Hier auch in rosa. Ähm... Dann kommt hier der billigste Kühlschrank vermute ich mal. Auch in rosa. Zaubert. Wunderschön. Was ist das? Dekoration, wie ich vermute. Das ist sehr schwierig, hier die einzelnen Elektrogeräte rauszufinden. Die brauchen wir, glaube ich, alle nicht. Ja, ein Feuermelder wäre vielleicht ganz nett. Wenn er nicht nur Deko wäre. So. Hoffe ich mal. Hehe. Die Spüle. Hier kann man was zurecht machen. Hier ist ein Dingsbum. Ist alles gut. Jetzt kommt hier noch ein kleiner Tisch in die Mitte. Und dann sollten wir damit alles... Äh... Hoffe ich. Da kann er noch früher ein größerer Tisch. Oh, der ist fast schon ein bisschen zu riesig. Dann machen wir den hier hin. Und machen... Einen billigen Stuhl. Eins. Huch, warum redet ihr euch so komisch? Ich habe euch das nicht erlaubt. So, das passt dann hoffe ich. Vielleicht einen zurück. Dann können wir das eine Licht hier drüber machen. Und... Naja, oder wir machen beide hier. Wir machen sie einfach beide so da drüber. Dann passt das. Kann man hier ein Deko in die Mitte stellen? Ja, das passt. Okay, dann können wir uns noch Deko raussuchen. Das ist ja super. Und was Schönes. Das ist mir eine große Dekopflanze. Die kann in die Ecke. Musik macht mich jetzt schon fertig übrigens. Kann hier draußen hin, der Kübel. Oh Gott, wir haben jetzt fast... Ich sollte nicht so viel ausgeben. Wir brauchen noch hier Badezimmer. Äh, sanitäre Anlagen. So, Waschbecken. Ähm, ähm... Bitte sagt mir, dass es hier auch ein Weiß gibt. Wie so ein grüner Deck. Oh Gott. Ja, okay, das wird schon irgendwie passen, so. Ein Moment, der kommt dann... Die kommt einfach mal da hin. Aber direkt wenn man da, wo man... Wo man sein Geschäft... Also direkt auf die Tür startet, ist bestimmt ein komisches Gefühl. Egal, wo ist denn die jetzt mit klarkommen? Und eine schöne Dusche. Die gibt's nicht in anderen Farben. Na gut, dann nehmen wir den Hygienator halt so. Jetzt brauchen wir nur noch ein Bett. Dann reicht das erstmal. Dann verdienen wir Geld. Billiges Bett hier. Ein ganz, 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 ganz billiges. Weißes Holz. Passt ja eigentlich gar nicht hoch. Wir haben ja hier so ein... So ein... So ein... Rote Bettdecke passt, aber auch nicht. Die passt... Es sieht ja alles schrecklich aus. Nimm ich lieber das teurere Bett. Oder auch vielleicht lieber doch nicht. Ist ja alles das Gleiche. Ach Gott, heiliger Heslon. Wer hat sich den Kram ausgedacht? Ich war's niss. Wo kramiert denn sowas? Hä, wieso? Ihr habt... Ich wollte dich gar nicht. Kommt jetzt erstmal hier hin. Können wir uns noch wenigstens einen Beistelltisch leisten? Hier so ein ganz... Billiger, weißer... Ikea-Beistelltisch. Was gibt's denn da für Geräte? Ein Wecker wäre vielleicht schlau. Sonst noch irgendwas anderes. Diverses. Ja, man sollte vielleicht auch die Möglichkeiten haben, sich umzuziehen in seinem... Ne und so. Gibt's da noch mehr? Ne, das können wir uns eh alles nicht leisten. Gehen wir mal zur Dekoration wieder über. Schönes Bild an der Wand. Häschen! Häschen! Was ist das denn alles, bitte? Oh Gott, irgendwelche Pappaufsteller. Hier, so ein bisschen Rock'n'Roll. Da kann er nochmal irgendwann ein Schreibtisch hin, wenn wir das Geld dafür haben. Aber ansonsten sollte das jetzt zum Leben eigentlich in Anführungsstrichen fast reichen. Jetzt gucken wir noch, dass ich Wachen für die Katze finde. So, dann brauchen wir einmal hier gibt es die Nomnom-Platz direkt hier neben dem Fernseher. Kratzbaum ins Schlafzimmer. Katzentoilette ins Badezimmer. Und Spielzeugmaus auch hier rein. Oh Gott, wir sind pleite. Wir müssen... Ich hoffe, das war alles, was man so braucht. Oh. Bei der Katze können wir nichts machen. Wir können aber gucken, wie es ihr geht. Aber wir können mit ihr nicht interagieren oder so. Aber wir können sehen, wie es ihr geht. Wen sie mag. Guck mal, das ist ja eigentlich eine arbeitslose Katze. Okay. Auf jeden Fall hat sie Spaß. Wir haben selber ein bisschen Haarendrang. Wie hat man denn hier... Ah, hier hat man auch mit diesen Tasten runtergeblendet. Muss man das Katzenklo irgendwie machen? Aber das hier müssen wir doch sicherlich füllen. Nachfüllen. Genau. Und dann auf die Toilette gehen. Und dann müssen wir uns dringend eine Arbeit suchen. Ist hier vielleicht eine Zeitung? Nein. Katzenklochen, kommt mit rein. Das kostet ja auch alles Geld. Anrufen, Geschäft, Immobilien, Urlaub, Anrufen, Simstrand, Portlieferant, Notdienst, Service, Party, Geschäft. Wir brauchen auf jeden Fall eine Zeitung. Oh, da kommt die Zeitung. Bedürfnisse, richtige Bahnen lenken, Tiere haben eigene Bedürfnisse. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ach Mensch, der liefert die ja echtlich auch mal wirklich auf die Treppe. Tierjob finden für Puri. Nee, erstmal selber einen Job suchen. Nicht das Tierjob. Kriegt das Tier erst mal einen Job. Das kommt mit dem Spiel manchmal nicht klar. Aber da wird gleich gekratzt. Ah, die Animationen waren da aber auch schon sehr, sehr schön. Kann man auch mit Tab in diesem Modus? Ja, auch hier war das schon so. Und man konnte sogar innerhalb des Modus umblenden, das konnte man ja da noch nicht. auch hier vermute ich Bildzeitung. Ich möchte nicht bei der Bildzeitung arbeiten. Nein, ich will nicht bei der Bildzeitung arbeiten. Achso, das ist die Bildzeitung. Oh, ich bin dumm. Gesetzeshüter. Wachfrau. Von 20 Uhr bis 2 Uhr. Dienstag mit... Uh, viel Geld. Ja, wir sind Wachfrau. Ist ja, ist ja, das war die Zeitung. Schnappschüsse werden sonst wohin gespeichert. Ja, ist gut. Kann sie doch nicht einfach da hinlegen. Äh, vielleicht können wir doch einen Tierjob finden, weil wir, das Geld, wir haben nicht viel. 44 Simoleons, das ist wenig. Warum ist das so schräg? Ach, egal. Ist ja schräg. Showbiz. Nee. Oh, Nachbarn, Sicherheitsbranche, abschreckt hier. Ja, gleich. Service, Kammerjäger, das klingt gut. Äh, wen haben wir hier? Hallo, ich bin der Humbel und ich bin gekommen, dir ein Geschenk zu geben. Herr Humbel hat uns ein Geschenk. Diese Kiste in der Hand umwerfen und bezauberndes Simfone, die du mehr als verdient hast. Öffne sie schnell. Ich habe gesagt, du sollst sie öffnen. Ich habe einen Computer von Herrn Humbel bekommen. Geil. Ähm, ist der in unserem Familieninventar oder wo ist der Computer? Wo ist der Computer jetzt? Ah, da ist unser Familieninventar. es war mir so. der da ist ein ein Thankschenk. daddy und Coale. Ich habe über den пока. Das war mir Đ그램iled und vlogging um串